Hat das Phänomen versucht, das zu erreichen? Will das Phänomen vielleicht dein Bewusstsein erweitern? Will es, dass wir nachdenken? Irgendwann ging es los, sie lag nachts im Bett und so ein komischer Spuk, in Anführungszeichen, ging los. Da fehlt mir da einfach zu wenig oder vielleicht habe ich da auch einfach zu wenig recherchiert und zu wenig gesehen, was das angeht. Diese Phänomene sind so bizarr manchmal, dass man es gar nicht glauben mag. Ich sehe das relativ neutral. Die Frage, warum, die wurmt mich richtig in der letzten Zeit. Ich fühle dich so weich wie eine Nudel, jede einzelne Gliedmasse so weich wie eine Nudel. Es erleben jeden Tag irgendwo vielleicht Menschen, sagen wir es mal so, eine Nahtoderfahrung. Einen schönen guten Abend, liebe Freundinnen und Freunde des JWR-Podcast. Einen schönen guten Abend, Daniel. Schön, dich auch mal wieder öfter hier zu sehen. Die Leute haben sich in der vergangenen Woche gefreut, dich mal wieder zu sehen. Also auch einen schönen guten Abend an dich, alter Freund und Kupferstecher. Schönen guten Abend, Dien. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Ja, bin wieder öfter da. Freut mich auch. Wir haben ja, wie ich das letzte Mal schon gesagt habe, eine kleine Pause eingelegt, weil wir beide viel zu tun hatten und mussten ein bisschen umstrukturieren. Aber jetzt geht es wieder weiter. Um was geht es heute? Wir haben auch, du hast es gerade gesagt, viel zu tun gehabt und ich habe mir so ein paar Gedanken gemacht, was in der letzten Folge sehr erfolgreich oder an sehr viele Diskussionen auch, sage ich mal, nicht unbeteiligt war, war unter anderem ja auch die Zuschauer-Mail gewesen, die wir bekommen haben. Und wenn ihr Anregungen habt, Gedanken habt, die ihr nicht öffentlich unter den Kommentaren teilen möchtet, die wir aber vielleicht anonym dann innerhalb dieser Sendung, in diesem Podcast hier besprechen, dann schickt uns gerne eine Mail an jwrpodcast.mail.de. Die Adresse findet ihr auch in der Video- bzw. Episodenbeschreibung. Und der liebe Olli hat mir heute eine Nachricht zukommen lassen, wo es um das komplette Thema der Grenzwissenschaft im Grunde geht. Und das ist ein prima Gedankengang, den er da angestoßen hat, den ich gerne mal mit dir besprechen möchte, weil es da in viele verschiedene Richtungen geht. Ist nicht unglaublich lang, der Text, aber hat viele verschiedene Aspekte und ich würde es einmal komplett vorlesen und dann würden wir sozusagen Satz für Satz praktisch durchgehen, weil da zu viel drinsteckt, um das sehr oberflächlich zu beschreiben. Also lieber Olli, vielen Dank für deine Nachricht. In Diskussionen mit verschiedenen Experten fällt auf, dass jeder seine eigene Erklärung für verschiedene Phänomene hat. Einige sprechen von Außerirdischen, andere von Spukerscheinungen, während wieder andere von Parallelwelten oder Zeitreisenden sprechen. Es ist durchaus plausibel anzunehmen, dass nicht nur eine einzige Erklärung zutrifft, sondern möglicherweise verschiedene Phänomene gleichzeitig existieren. Warum sollte das nicht der Fall sein? Es ist denkbar, dass die unsichtbare Welt, wie wir sie nennen mögen, genauso umfangreich ist wie die sichtbare Welt. Es erscheint durchaus möglich, dass es mehrere Arten von Außerirdischen gibt, die unabhängig voneinander die Erde besuchen oder hier leben. Dieses Szenario könnte dem Tierreich ähneln, indem es zahlreiche verschiedene Arten gibt, die jeweils unterschiedliche Ziele verfolgen. Was sagst du dazu? Das war ich gestummt. Sehr interessant, habe ich gesagt. Danke, Olli. Ich kenne den Olli auch. Also kennen. So viel gesagt, ich kommuniziere ab und zu mal mit ihm. Es ist eine coole Socke. Ich finde das sehr interessant und absolut richtig, was er da geschrieben hat. Vielleicht musst du das nochmal jetzt Satz für Satz ein bisschen vortragen, dass ich das nicht falsch im Kopf habe jetzt. Aber es ist sehr spannend und es gibt ja eigentlich wieder, der Kommentar gibt ja eigentlich wieder, ja, wie ich oder du vielleicht auch so ein bisschen, wie wir das sehen, das Ganze, diese Phänomene. Ich finde es ganz spannend, was die Leute für Gedanken haben. Ich würde mich über viel mehr solche Zuschriften freuen, weil ich das mega spannend finde, wie die Leute das sehen. Das ist sehr interessant. Ja, vielleicht, ja, hau doch mal die ersten, vielleicht die ersten ein, zwei Sätze raus, damit ich mir nochmal da den Kopf machen kann. Genau, also wie gesagt, die Grundannahme ist ja basierend auf der Folge von letzter Woche und grundsätzlich, also wir hatten da ja über die Verzerrungstheorie gesprochen, indem wir ja eine weitere Möglichkeit aufgemacht haben, eventuell, wie das große Ganze, für manche oder womöglich erklärbar ist, wo es im Grunde genommen ja erstmal auch darum ging, irgendwo versuchen zu erklären zu können, was das große Ganze ist, das Phänomen, ja, diese Existenz, dieses Größere einfach. Und daraufhin basierte eben die Nachricht vom lieben Olli. Und die ersten Sätze sind eben genauso Sätze, die mir auch in den letzten Wochen aufgefallen sind, weil ich natürlich auch mit vielen verschiedenen Gästen im JWR-Podcast auch gesprochen habe, zu unterschiedlichsten Themen, aber es natürlich immer im grenzwissenschaftlichen Bereich lag. Und der erste Satz, der fällt mir sofort auf, also da denke ich automatisch an die letzten Sendungen. In Diskussionen mit verschiedenen Experten fällt auf, dass jeder seine eigene Meinung und seine eigene Erklärung für verschiedene Phänomene hat. Einige sprechen von Außerirdischen, andere von Spukerscheinungen, während wieder andere von Parallelwelten oder nur Zeitreisenden sprechen. Das ist genau der Punkt. Also ich erinnere mich ja daran, dass wir im vergangenen Jahr mit Interviews angefangen haben, wo wir ja mit vielen verschiedenen Leuten auch gesprochen haben, zu vielen verschiedenen Themen, also von Außerirdischen über Dimensionen bis hin zu ganz, ganz, manche würden vielleicht auch sagen, absurden Themen und Gedankengängen. Und in der Tat, da hat jeder von den Gästen, die wir eingeladen haben bisher, wirklich standhaft auch immer seine Punkte vertreten, wo man auch immer die Grundannahme treffen kann. Ja, natürlich. Also so, wenn ich das so das erste Mal höre, dann gehe ich davon aus, dass das stimmt. Der erzählt mir ja da keinen Quatsch. Das ist das Spannende, dass niemand ultimativ Recht oder ultimativ Unrecht hat. Das finde ich so spannend. Und jeder, so als Olli ausgedrückt hat, sein, könnte man sagen, sein individuelles Empfinden diesen Phänomene gegenüber oder ein Bild von diesen Phänomenen und eine individuelle Meinung, finde ich gut. Es ist ja auch subjektiv. Jeder nimmt das vermutlich ein bisschen auf seine Art und Weise wahr. Das ist ja auch die Frage, die wir uns gestellt haben. Da gibt es drei Leute, die beobachten irgendwie ein UFO. Sehen die alle das Gleiche? Die beschreiben vielleicht das Gleiche, aber empfinden sie es auch gleich? Was passiert bei den Leuten im Kopf, wenn jetzt drei Leute da stehen, sehen UFO? Ich habe es in meinem Monolog, den ich da gehalten habe, den du auch hier reactet hast, sozusagen. Habe ich es, glaube ich, auch angesprochen? Oder hast du es angesprochen? Wie weißt du, wie du es, glaube ich, das Beispiel? Das kam initial davon, dass in Bezug zur Verzerrungstheorie, dass ich gesagt habe, dass mir das dann zu übermächtig ist, dass ich dann automatisch sage, wenn drei Leute das Gleiche sehen. Mir ging es ja nicht darum, was du aber freundlicherweise auch erklärt hast, wo du gesagt hast, eine Person von den beiden, die das mit dir gesehen und erlebt haben, die eine kann sich daran erinnern und die andere kann es nicht. Und für mich ging es nicht darum, ob sie sich nach 10, 15, 20 Jahren und plus dann noch daran erinnern, sondern mir ging es einfach darum, dass zu dem Zeitpunkt, als ihr das gesehen habt, alle drei dann augenscheinlich auch das Gleiche gesehen habt, weil ihr auch sehr wahrscheinlich darüber gesprochen habt. Und der Punkt der Verzerrungstheorie ist, wo ich dann an diesen Punkt komme, wo ich das halt anzweifle, ist, dass ihr drei das komplett Gleiche gesehen habt. Das heißt, für alle umliegenden Regionen, wo das sichtbare Auge dieses Phänomen hätte auch sehen können, also vielleicht waren ja nicht die Einzelnen, die das gesehen haben an diesem Abend, sondern vielleicht 500 Meter weiter standen irgendwelche anderen Leute, die vielleicht genau das Gleiche gesehen haben. Ich glaube, dass diese Annahme, dass diese mögliche Projektion, weil es ist ja genau das eigentlich, es ist ja eine Projektion, die dann vorgegeben wird zu dem, was wir dann wirklich dort sehen, dass das auf zu viele potenzielle Menschen zustoßen würde. Und dann habe ich mir auch immer wieder da an diesem Punkt die Frage gestellt, warum sollten, wenn da was ist, warum sollte da die höhere Existenz, das Phänomen da etwas verschleiern wollen? Weil es ist doch dann trotzdem nach wie vor offensichtlich, dass dort etwas ist. Das Spannende ist auch, klar, sehen jetzt drei Leute vielleicht dasselbe Objekt, aber was passiert mit den Leuten, die das Objekt sehen? Es gibt ja Berichte, da ist Leuten nach einer U-Versichtung etwas passiert. Es gibt Leute, die wurden physisch verletzt durch diese Objekte. Dann gibt es Leute, da ändert sich einfach was im Kopf bei denen, nachdem das passiert ist. Guck mal, was aus mir geworden ist. Guck mal, was aus mir geworden ist, Mami. Nein, schau mal, ich habe angefangen, irgendwann mich für die Dinge zu interessieren. Dieses Erlebnis war der Auslöser und vielleicht noch viel früher mein Erlebnis, nennen wir es einfach mal paranormal, in Anführungszeichen das Erlebnis, was ich in meinem Zimmer damals hatte, von dem ich dir erzählt habe oder von dem ich auch im Podcast schon erzählt habe, mit diesem komischen Atmen, das ich da gehört habe, dieses komische, ja, akustische Phänomen könnte man es nennen, das auch für immer in meinem Kopf steckt und nie wieder weggegangen ist und mit Sicherheit auch was mit mir gemacht hat, mit meinem jugendlichen Gehirn damals und auch diese U-Versichtung, die hat irgendwas bei mir verändert und da ist was da, was nie wieder weggeht. Und dann die eine Person, von der ich erzählt habe, die hat das, konnte ich, vor kurzem hatte ich die Möglichkeit, die beiden zu fragen und die eine hat das komplett vergessen, die sagt, das ist ein Quatsch, von was redest du da, das ist Quatsch. Die wollte das nicht mal hören, also es klang auch nicht so, als würde sie es verdrängen und irgendwie wollte nichts davon hören, von mir, dass ich darüber rede, sondern das war wirklich ehrlich, von innen raus, die sagt, was erzählt sie für einen Blödsinn, was haben wir da angeblich gesehen, so ein Quatsch. Und der andere Kollege, der wusste es noch, genauso wie ich, hat das noch gewusst, aber er nimmt es nicht so ernst, also er hat auch erzählt, dass er sich keinen Kopf darüber macht, großartig und auch danach nicht viel darüber nachgedacht hat. Ja, und mich hat es eben ein halbes Leben lang beschäftigt. Das ist eben das Interessante. Hat das Phänomen versucht, das zu erreichen? Will das Phänomen vielleicht dein Bewusstsein erweitern? Will es, dass wir nachdenken über diese Dinge? Will es, dass wir über das Phänomen nachdenken? Will es, dass wir es erforschen? Das ist die große Frage, das frage ich mich. Ja, das ist Fragen über Fragen, wenn es um diese Sachen geht. Er hat auch gesagt, wenn ich es richtig im Kopf habe, in dieser Mail oder in dieser Zuschrift, dass er sich vorstellen kann, dass es sich bei all diesen Dingen um eine genauso umfangreiche Welt handelt, wie die, in der wir leben. Hat er das so ausgedrückt, ja? Genau, dazu kommen wir gleich noch, ja. Okay, ja, willst du gleich dazu kommen? Willst du? Ich würde erst gleich dazu kommen, weil ich würde gerne noch eine Sache sagen, was du gerade erwähnt hast mit der Zeit, wo du auch Sichtungen oder diese Sichtungen gemacht hast und dann auch Erlebnisse hattest oder dir auch Sachen zugetragen worden sind, dass sich da natürlich deine Denk- und Sichtweise auch geändert hat. In Bezug auf die Sendung für die kommende Woche Donnerstag, da schon mal ein kleiner Spoiler-Alert oder schon mal eine kleine Aussicht dahin. Ich habe mir auf die Vorbereitung der Sendung der kommenden Woche, die ja bereits abgedreht ist, mir ein Video von sagenhaft und sonderbar angeschaut, das zwei Jahre alt ist. Und da geht es nämlich auch schon um die Thematik, über die wir in der kommenden Woche sprechen, und zwar über Atlantis in dem Fall. Und der liebe Roland Horn ist nämlich nächste Woche zu Gast. Und da habe ich mir unter anderem dann auch das Video angeschaut, weil ich mich natürlich auch vorbereiten wollte, weil ich natürlich auch nicht die gleichen Fragen stellen wollte. Und das, was mir aufgefallen ist, ist, dass natürlich deine Moderationsart sich in den letzten zwei Jahren geändert hat. Aber was viel entscheidender ist in Bezug auf dessen, worüber wir hier sprechen, ist, dass deine Art und Weise der Empfänglichkeit, was die Themen betrifft, dass sich das geändert hat, weil es sehr erstaunlich ist, dass in diesem Gespräch oder Austausch vor zwei Jahren, dass du da vehement mehr Kontra warst bei Behauptungen, die vielleicht nicht ultimativ direkt beweisbar waren. Oder wo es heißt, dazu habe ich jetzt keine weiteren Informationen, wo du das sofort abgeblockt hast. Und das war sehr erfrischend, das zu sehen. Und ich glaube aber auch, dass der Einfluss dieser ganzen Arbeit, die du ja auch in dem Podcast steckst, dass das auch einen Einfluss auf dein Mindset natürlich dann nimmt, wie du generell über grinswissenschaftliche Dingen und Themen, wie du darüber nachdenkst. Und ich denke, dass das ganz natürlich ist. Und da kommt natürlich die Frage dann ins Spiel, ist es dann eine Bewusstseinsveränderung, dass weil man mehr mitmacht, dass man sich so hin entwickelt? Oder ist es einfach nur ein Wandel durch Erfahrungen, die man in dieser Zeit macht, dass es ganz natürlich ist, dass es sich aufgrund dessen von dem, was man halt dann lernt in dieser Zeit, dass man dann sich einfach so verändert? Was ja auch vollkommen klar ist, dass alles, was man intensiv betreibt in seinem Leben, dass es einen persönlich wahrscheinlich auch irgendwo ein bisschen verändert oder anpasst. Und das kann natürlich dann auch sein. Jetzt ist dann natürlich die entscheidende Frage, woher kommt das? Wo ist deine Empfänglichkeit sozusagen im Laufe der Jahrzehnte dann in diesem Fall, wenn man das dann größer betrachtet, dann gestiegen? Aus welchen Gründen? Ist das, weil das von außen kam, weil es sich dann beeinflusst hat? Oder einfach, weil es Lebenserfahrungen sind, die man gesammelt hat? Und ich denke, das ist ein Unterschied in diesem Fall. Ja, ich war immer offen für die Idee, dass es etwas gibt, dass man sich nicht erklären kann. Es ist mir selbst passiert. Ich war nicht so aufgeschlossen, wenn es um andere Dinge ging, um andere Phänomene ging, vor allem wenn es um Spuk geht, Foltergeist, solche Geschichten. Denn die berühmten Reptiloiden, das weiß jeder, da habe ich meine Probleme mit. Innere Erde, hohle Erde, diese ganzen Geschichten, flache Erde sowieso. Ob es jetzt damit etwas zu tun hat, was mir passiert ist oder nicht, wer weiß, ein bisschen vermutlich schon. Ich finde das nur interessant, dass manchmal Leute ihr Leben lang gar nichts erleben. Überhaupt nichts. Die haben überhaupt kein Erlebnis in der Art. Vielleicht nehmen sie es auch nur nicht wahr. Vielleicht versucht es ja das Phänomen bei jedem Menschen da irgendwie anzuklopfen und sagen, hey, ich bin da, weil es irgendwas erreichen will. Und vielleicht klappt es bei manchen Menschen, so wie bei mir oder bei vielen anderen auch, die dann mir im Podcast die krassesten und absurdesten Sachen erzählt haben. Aber die erleben dann ständig irgendwas. Ich habe ja dann auch im Laufe der Jahre, die letzten paar Jahre hier im Haus ein paar Dinge haben wir auch erlebt. Komische Sachen, Schritte gehört von oben, vom Dachboden. Ja, da kann natürlich auch im Marder rumhüpfen, aber sind dann hoch, haben alles abgesucht und auch kein Nest gefunden. Haben die Hunde hochgeschickt, die haben auch nichts irgendwie aufgespürt. Komische Sachen hier passiert. Ich bin in die Küche und dann hat sich auf der Spüle dieses Messer bewegt. Davon habe ich auch berichtet. Oder ich habe ein komisches Erlebnis gehabt, was ich nicht deuten kann. War es ein Traum? Ist es mir wirklich passiert? Und es war so dermaßen befremdlich und merkwürdig, was mir da passiert ist. Ganz schwer einzuordnen. Ich bin halt, ich tentiere halt eben dazu, über die ganzen Dinge nicht viel nachzudenken. Es passiert mir manchmal und dann ist es halt passiert. Ich zerbreche mir nicht den Kopf drüber, weil ich kann es eh nicht aufklären. Von daher versuche ich es immer locker zu sehen und so ein bisschen wieder zu vergessen. So, jetzt stellt sich mir aber die Frage, ich bin ja nicht der Einzige und mir passiert jetzt bei Weitem nicht solche Sachen, wie anderen Leuten passieren. Ich habe das Gefühl, dass das Phänomen oder die Phänomene oder was immer es auch ist, sich an manchen Menschen regelrecht fest beißt. Also, ich habe mit Leuten gesprochen im Podcast und auch außerhalb des Podcasts, die keine Aufnahme wollten, die einfach nur erzählen wollten. Das ist ganz oft, dass Leute eine WhatsApp schreiben oder eine E-Mail schreiben und die wollen es einfach nur erzählen. Die sagen, erzähl das nicht im Podcast, ich will es auch nicht aufgenommen haben. Ich möchte es einfach nur Leuten erzählen, von denen ich weiß, die lachen mich nicht aus. Denen passiert immer zu, was ich erinnere mich an Christel, die bei uns im Podcast war. Da war Julia noch im Podcast dabei, das ist schon eine ganze Weile her. Und wir haben Christel besucht, so eine ältere Dame, eine ganz putzige und sie hat eben erzählt, dass es bei ihr daheim. Irgendwann ging es los, sie lag nachts im Bett und so ein komischer Spuk, in Anführungszeichen, ging los. Sie hatte das Gefühl, es liegt jemand unter ihr im Bett und tritt gegen die Matratze und sie ist im Bett umhergeflogen und denkt, was ist denn hier los? Und dann ging es eben los. Dann hat sie wirklich auch Menschen gestalten durch ihre Wohnung laufen sehen von dem Tag an. Also Tag und Nacht hat die da Geister, nennen wir es einfach mal so, wie sie es benannt hat, Geister gesehen, die durch ihre Wohnung liefen und auch sie angeguckt haben, mit ihr versucht haben zu interagieren. Ich kann mich an die eine Story erinnern von ihr, wo sie erzählt hat, dass eine Frau und ein Kind vor ihrem Bett standen und die Frau deutet dem Kind, das Kind hielt eine Kerze in der Hand, sagt sie. Ob das jetzt eine religiöse Message war oder das damit zu tun hat, dass es Christ religiös ist, das weiß ich nicht. Kann ja damit auch zu tun haben, dass sie selbst vielleicht sehr religiös ist, habe ich gar nicht gefragt, ehrlich gesagt. Der Gedanke kam erst später und die Frau deutet eben dem Kind, dass sie Christel die Kerze geben soll. Das Kind hat das nicht getan und dann sind die beiden verschwunden. Und dann hat sie ein Ghost-Hunter-Team gerufen, so diese typischen Geisterjäger, kam so ein Ghost-Hunter-Team, haben Kameras aufgestellt und ihren Hokus-Pokus da gemacht. Und am nächsten Tag, sagt Christel, ging die Kamera nicht mehr, die Kamera, die konnten sie nicht auswerten, die war kaputt oder Akku war kaputt, keine Ahnung, ging irgendwann aus nachts. Und in dieser Nacht, nach dieser Nacht, kam so ein männlicher Spuk, ein Mensch vor ihr Bett mit hassverzerrtem Gesicht und hat ein Foto von ihr gemacht mit einer Fotokamera, sagt sie. Wie skurril ist denn das? Wie bizarr klingt denn das, wenn man das hört? Da denkst du ja, das ist total verrückt. Das kann doch nicht stimmen, was die erzählt. Aber wenn du ihr zugehört hast, der Frau ist das passiert, wie auch immer ihr das passiert ist. Ob das jetzt, wo immer sich das auch abgespielt hat, diese ganzen Bilder. Und ja, deswegen, eben lange Rede, kurzer Sinn, denke ich, dass dieses Phänomen manchmal Leute entdeckt, aufspürt, die empfänglich sind, die es empfangen können, die es wahrnehmen können. Und dann beißt es sich an solchen Menschen fest. Warum? Keine Ahnung. Will es irgendwie das Bewusstsein schärfen, dass es da ist? Aber es muss doch... Das ist die große Preisfrage für mich. Warum? Was steckt denn dahinter, hinter diesem Phänomen? Was will es uns denn sagen? Will es uns, wie ich in diesem Monolog da erzählt habe, will es uns unser Bewusstsein schärfen, dass wir besser auf die Natur aufpassen? Ist es wirklich der Planet Erde? Wie ich in meinem Video über meine Gedanken da gesagt habe, ich kann mir vorstellen, dass die Erde ein bewusstes Leben des Wesen ist. Vielleicht gehen diese Phänomene eben vom Planeten selbst aus. Vielleicht kreiert dieser Planet und unser Planet, der ein bewusstes Leben des Wesen ist, vielleicht kreiert er diese Phänomene, um uns irgendwas zu sagen. Hey, passt besser auf mich auf. Oder vielleicht ist die Message auch eine ganz andere und wir können es einfach nicht entschlüsseln. Die Frage, warum, die wurmt mich richtig in der letzten Zeit? Also ich mache mir keine Hoffnung, dass ich da eine Antwort finde, aber es ist was, was mich schon beschäftigt. Was mich auch immer sehr beschäftigt, sind eben genau diese Themen, dass manchen ausgewählten Menschen halt sehr viel dann passiert und anderen halt gar nichts. Also ich habe bisher auch noch nichts gesehen oder nicht bewusst wahrgenommen. Das ist ja auch etwas sehr Gutes, was du auch damit in den Raum wirfst, weil nicht jeder guckt automatisch und belassen wir es jetzt erstmal nur beim Himmel. Wir reden jetzt erstmal nicht hier von Außerirdischen, dass man denen in der Straße begegnet oder dass sie einen nach Zeilen suchen oder Geister erscheinen, sondern einfach nur mal Himmel. Also was im Laufe von einem Tag so passieren kann. Nicht jeder schaut nach oben. So, das ist etwas, was natürlich, ich denke mal einfach auf den Fakt ist, vor allem in der heutigen modernen Smartphone-Zeit, wo ich gerne nochmal auf dein Gedankengang-Video zurückweise, worüber ich auch eine Reaction gemacht habe. Das hast du ja auch angesprochen, diese Smartphone-Thematik. Und da habe ich eine gute Anekdote, einen guten Schwank aus meiner Jugend gebracht zum Thema gegen eine Laterne laufen. Also wenn euch das interessiert, schaut mal in das Reaction-Video rein. Aber das ist eben genau die Sache. Das ist das eine, dass viele Menschen, da gehöre ich halt eben zu, etwas noch nie gesehen haben oder nicht bewusst wahrgenommen haben oder bisher vielleicht noch nicht verarbeitet haben, was vielleicht irgendwann dann mal hochkommen kann im Unterbewusstsein. Das kann ja auch durchaus sein. Da mag der eine oder andere wahrscheinlich dann auch wieder daran denken. Man muss da immer sehr vorsichtig sein, weil hier kratzen wir natürlich gerade oder hier machen wir gerade die Operation am offenen Herzen in der Grenzwissenschaft. Weil hier reden wir ja darüber, ob das jetzt wirklich etwas ist, was sich Menschen einbilden, ausdenken, bewusst halt falsch vielleicht aussagen oder vielleicht auch wirklich spüren. Aber dann eben auch da die Frage, ob sie das sehen im Sinne von, dass das genau in dieser Realität hier passiert. Oder sehen sie das, weil ihr Geist ihnen das sagt, dass sie das sehen? Und da kannst du das dann auch wieder klassifizieren, indem du dann sagst, wenn der Geist das bestimmt, dass diese Personen das sehen oder gesehen haben oder erlebt haben und das denken sie, dass ihnen das passiert ist, ist das dann etwas Positives, dass das wirklich etwas von außen ist, was da gesteuert ist? Oder könnte es unter anderem dann auch wieder etwas sein, wo es vielleicht auf eine Art von, es tut mir leid, das zu sagen, aber das ist etwas, was man nicht ausschließen darf hier in diesem Fall, eine Art von Krankheit dann ist, die dann vielleicht auch dahinter steckt. Also man muss ja einfach alles ergründen können. Man muss ja wirklich schauen, in welche Richtung das auch wirklich gehen kann. Und das sind natürlich die ganz drastischen, aber die oberflächlichsten Punkte, in welche Richtung sich das entwickeln kann, wenn man sich einfach nur die Frage stellt, ist das einfach existent? Und dieses ist das einfach und mit dieses das einfach ist es auch wieder genau diese Verallgemeinerung, die ich auch in dem Reaction-Video erwähnt habe, ist, das ist genau der Punkt, den ich nicht mag. Weil wenn wir über das Phänomen oder über das Unerklärliche sprechen, schließen wir ja alles mit ein über das, was wir ja sprechen. Und das finde ich, und das schreibt der Olli ja auch in seiner Nachricht, finde ich manchmal übertrieben. Aber Olli schreibt zum Beispiel, es ist durchaus plausibel anzunehmen, dass nicht nur eine einzige Erklärung zutrifft, sondern möglicherweise verschiedene Phänomene gleichzeitig existieren. Also außerirdische Spukerscheinungen, Geister, Parallelwelten, Zeitreisen, Multiversen, also you name it. Als ich das gelesen habe, was der Olli da geschrieben hat, da habe ich auch noch nie im Podcast-Kontext drüber nachgedacht und privat auch schon nicht. Er schreibt ja, es ist ja anzunehmen, dass durchaus mehrere Sachen zutreffen. Also wenn man sich vorstellt, dass Aliens existieren, das ist ja schon etwas, wo ich sagen würde, das ist an unserer Realität ja am nächsten gelegen. Danach würde ich sagen, ja gut, Geister oder Parallelwelten, Zeitreisende, dann wird es schwierig, was ich da als Platz zwei auswählen würde, was da danach nach Aliens am nächsten realistischsten wäre. Aber dann würde ich vielleicht sagen, Spukerscheinungen irgendwo, aber eher vielleicht Parallelwelten. Aber das ist ja auch genau der Punkt. Aber was ist, wenn mehrere Sachen halt zutreffen, dass es eben nicht nur eine einzige Erklärung gibt? Und trotzdem stellt man sich dann ab diesem Punkt auch da wieder die Frage, was ist davon wiederum der Ursprung oder das größere Ganze, was dahinter eigentlich steckt? Und dann bist du auch trotzdem da wieder in diesem Kreislauf gefangen, dass du auch da wieder automatisch fragst, wenn auch mehrere Dinge existieren. Woher kommen diese mehreren Dinge? Das ist die große Frage. Und es ist so, dass ich manchmal darüber nachdenke, ob es denn nicht was mit uns selbst zu tun hat, wie ich schon mal gesagt habe. Ob es vielleicht, wenn Olli schreibt, er kann sich vorstellen, dass viele dieser Phänomene, dass es verschiedene Phänomene sind, verschiedenartige Phänomene sind, die parallel zueinander auftreten, dann hat das vielleicht damit zu tun, dass wir auch alle individuell sind, die diese Phänomene erleben. Dass wir im Zusammenspiel vielleicht mit der Quelle der Phänomene, die diese Phänomene produzieren, unbewusst. Wir produzieren sie selbst unbewusst. Unsere Gedanken, unser Bewusstsein, was immer auch es ist, sind dafür verantwortlich, was wir sehen. Dieses Phänomen schickt dir einen Rolling und das, was dich ausmacht oder dein Bewusstsein, gibt dem Phänomen, dem Rolling des Phänomens die Form. So kann ich mir das vorstellen. Das finde ich eine interessante Idee. Deswegen sind die vielleicht so individuell und so abgefahren manchmal, diese Phänomene. Ich weiß, du willst gerade was sagen, aber guck mal. Es ist manchmal so abgespaced, das Ganze. Es gibt diesen Poltergeist-Fall, Anfield, der Anfield-Poltergeist. Das war zwischen 1977 und 1978 hat sie das abgespielt in London. Der Stadtteil heißt Anfield. Und das war die Familie Hodgson, hieß die. Und die Mutter hieß Peggy Hodgson. Die hatte Kinder, Margaret, Janet und Johnny und Billy. Und diese Phänomene, die spielten sich hauptsächlich im Schlafzimmer der Kinder ab. Also im Kinderzimmer spielte es sich ab. Da haben die Nachbarn beobachtet, wie das Kind, ich weiß nicht, war das Margaret oder Janet? Ich glaube, das war Margaret. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Leute, wenn ihr es wisst, wie immer, schreibt es in die Kommentare. Und auf jeden Fall haben die Beobachtungen, wie das Mädchen schwebte. Es schwebte über das Bett, es schwebte über dem Bett. Ist das nicht abgefahren? Wieso passiert Leuten sowas? Und das Mädchen hat irgendwann angefangen, mit so einer komischen Stimme zu sprechen. Wir haben jetzt hier keine Aufnahme, die wir einspielen können, glaube ich. Aber das, wenn du hörst, das ist wie im Horrorfilm. Da rollst du die Fußnägel hoch. Das ist ein Mädchen von elf oder zwölf Jahren. Wieso passiert das? Weißt du, diese Phänomene sind so bizarr manchmal, dass man es gar nicht glauben mag. Deswegen fällt einem das manchmal auch so schwer, das zu glauben. Aber es existiert. Bei Enfield Poltergeist, da gab es noch viele Kontroversen, dass die Leute gesagt haben, da ist Betrug im Spiegel. Die Kinder haben vielleicht dann betrogen. Und wenn man tief in den Fall eintaucht, dann kommt man auch auf die Idee, dass die Kinder vielleicht auf irgendeine seltsame Art und Weise Gefallen daran gefunden haben, im Mittelpunkt zu stehen und haben dann vielleicht das eine oder andere gefälscht. Aber dann gab es einen Vorfall im Wohnzimmer, glaube ich, der Familie, wo sich der Couch in die Lüfte gehoben hat und sich auf den Kopf gedreht hat. Und das haben ein paar Leute beobachtet, die ja gerade zugegen waren. Nachbarn, glaube ich, haben das mit beobachtet und so. Was zur Hölle will dieses Phänomen? Warum passiert das Leuten? Es ist ja auch was Negatives. Oder unterscheidet dieses Phänomen zwischen negativ und positiv? Es ist ganz verrückt. Es ist, weiß ich nicht. Also ich denke, dass das Phänomen, dieses übernatürliche Phänomen, dann definitiv real ist, wenn mehrere fremde Personen das sehen, die im Kontakt mit einer Hauptperson stehen. Ich versuche das mal vielleicht ein bisschen anders zu erklären. Das wäre ja häufig, und du hast diese Gäste in den letzten Jahren sehr häufig gehabt. Du hast es ja auch angesprochen, dass du Menschen hast, die dann über ihre Erlebnisse gesprochen haben, was ihnen widerfahren ist. Hast du ja so viele Eindrücke gesammelt, dass das ja in ganz, ganz viele verschiedene Richtungen auch geht. Also von den Dingen, die man sich vielleicht noch erklären kann auf irgendeine Art und Weise, bis hin zu ich packe meinen Koffer und fliege nach Absurdistan. Also da sind ja ganz, ganz viele verschiedene Themenbereiche da auch vertreten. Die Frage ist, wenn wir über dieses Phänomen sprechen, dann gibt es ja einfach in den meisten Fällen, und korrigiere mich da, wenn ich da falsch liege, aber das ist zumindest das, wie ich das von außen betrachte, wenn ich mit jemandem spreche, dem so etwas passiert ist, oder in diese bekanntere Welt, in Richtung Bob Lazar oder so gehe. Also von diesem Bekanntheitsgrad ungefähr, und das ist ja trotzdem noch sehr, sehr nischig, was das Thema ja auch angeht, dass wir da sehr selten dann auch noch Freunde vor die Kamera bekommen oder Interviewaussagen bekommen von Bekannten aus dem Umkreis von dieser unmittelbaren Person, die davon berichtet, die dann sagen würde, ja, als ich mit dem zusammen war, konnte ich das auch sehen und konnte zumindest einen Teil dieser häufigen Phänomene, die diese Person dann gesehen hat, auch bestätigen. Und das ist etwas, was für mich dann zum Beispiel etwas sehr Entscheidendes ist, weil wenn du zum Beispiel dann wieder eine erneute Sichtung machst, und zufällig steht der Nachbar auch draußen, eine Person, mit der du nichts zu tun hast, aber die unmittelbar auch direkt sagen und bestätigen kann, ja, ich habe auch diese Sichtung gemacht, ich kann das bestätigen, dass Daniel wieder mal ein Phänomen gesehen hat, diesmal war ich dabei gewesen, das ist eine Person von außen, die das sozusagen dann nochmal bestätigt. Und das ist für mich dann wichtig. Und dann hat man aber dann, und das sage ich auch immer mal wieder, diesen Fall von dieser Frau aus England, die in einer TV-Dokumentation gewesen ist, die berichtet hat, dass jedes Wochenende Aliens in die Wohnung kommen und dann Party mit der Frau machen und veranstalten. Und erstmal gibt es keine Fotos. Die Frau hat Kinder und keiner dieser Kinder kann wirklich bestätigen, dass das wirklich regelmäßig passiert. So, und das ist eben genau der Punkt. Wenn das immer nur eine einzelne Person dann halt auch aussagt, natürlich, es ist wieder phänomenabhängig, das ist ja vollkommen klar. Also wenn ich nachts von Geistern heimgesucht werde und ich in meiner Einzimmerwohnung oder wenn ich alleine lebe, dann ist ja vollkommen klar, dass sowas niemals jemand anderes mitbekommt. Aber wenn man dann in diese extremen Fälle geht, und das ist eben genau wieder dieser Knackpunkt an der Sache, wo man sich dann wieder fragt, betrachten wir diese Thematik hier ernsthaft oder macht sich da gerade wieder jemand lächerlich über diese Thematik, weil er dann diesen Bekanntheitsgrad, diesen Fame halt abstauben möchte in diesem Moment, indem er halt eben diese Story sich ausdenkt, dass jedes Wochenende Aliens nach Hause kommen und da Zeit miteinander verbracht wird. Ist es eine Krankheit oder ist es wirklich real? So, und wenn du dann darüber nachdenkst, dass das eine Realität sein kann oder könnte, dann fragst du nach den Beweisen. Dann zeig doch mal ein Foto oder jemand, der das doch gesehen hat. Ich meine, du hast doch Menschen in deinem Umfeld, dann lad die doch auch mal ein, dass die das auch mal so sehen und erleben können, damit man eben eine Bestätigung, eine definitive Bestätigung hat. Weil ich denke, nichts ist definitiver als eine Bestätigung von eben, von Menschen, die das halt auch gesehen und miterlebt haben. So, das ist natürlich ein Bruchteil von Phänomenen, die da in Frage kommen können. Aber da, wo es in Frage kommen könnte, da fehlt mir da einfach zu wenig. Oder vielleicht habe ich da auch einfach zu wenig recherchiert und zu wenig gesehen, was das angeht. Aber für mich geht es ja auch darum, wenn ich mich nur ansatzweise mit so einer Thematik beschäftige, als Privatperson jetzt in dem Fall, dann muss ich sowas beispielsweise sofort eigentlich sehen können. Oder relativ zeitnah, wenn ich an einer Thematik oder so kratze. Dann müsste sowas definitiv schon relativ frühzeitig dann auch immer ein Thema sein, bei jeder Sichtung, bei jedem Erlebnis, dass sowas im Grunde genommen eigentlich mit aufgenommen werden müsste, wenn es dazu kommt, dass jemand darüber spricht und dass man auch da die Frage stellt. Egal, ob es jetzt ein Podcast ist oder wenn jemand halt im Fernsehen spricht oder eine Aussage macht bei einer Sichtungsstelle. Wer hat das noch gesehen? Ja, also, dass man eben nicht nur einem Menschen da glaubt oder vertraut, sondern wer hat das noch gesehen? Also, da muss irgendwie noch, da muss ein zweites Augenpaar das noch gesehen haben, irgendwie. Es gibt Sichtungen aller möglichen Dinge, die manchmal von wahnsinnig vielen Leuten beobachtet wurden in der Vergangenheit und oft sind es halt Einzelpersonen oder mal ein Pärchen oder zwei. Es ist ganz schwierig zu bewerten, das Ganze. Was macht man da raus? Ich frage mich auch oft, wenn so etwas passiert, wo spielt das sich ab? Ist das ein spezieller Raum oder eine spezielle Ebene, in der sich das abspielt? Die Frage ist, bist du in dem Moment dort, wo das Phänomen stattfindet? Oder findet das Phänomen hier statt, wo du es siehst? Oder wie soll man es benennen? Ist es Teil unserer Realität? Kommt es hier bei uns vor? Also, keine Ahnung, jetzt könnte sich vor mir eine Lichtkugel auftun. Ist die hier in meiner Realität oder gucke ich da irgendwo anders hin? Oder ist vielleicht in einem gewissen Radius um mich herum, bin ich dann irgendwo anders? Werde ich irgendwo? Die Schichten, die verschwimmen halt so ineinander. Es ist nicht so, dass du jetzt, wie wir es letztens scherzhaft gesagt haben, du schneidest irgendwo ein Loch in die Luft. Wie im Zeichentrickfilm steigst du irgendwie in eine andere Realitätsebene rein. So ist es ja nicht. Sondern die Lagen sind durchsichtig und du kriegst es gar nicht mit. Du bist aber vielleicht jetzt gerade in einer anderen Realität oder auf einer anderen Ebene und bekommst es gar nicht mit. Wirst du da reingezogen? Bist du gerade da, wo das Phänomen stattfindet? Oder gehört das Phänomen zu unserer Realität dazu und spielt sich auch hier auf dieser Ebene ab? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Und weil ich vorhin mit diesen Rohlingen das Beispiel gebracht habe, dass ich das manchmal so sehe, als wenn es das Phänomen so einen Rohling schickt und unser Bewusstsein oder was uns eben ausmacht, macht eben das Phänomen daraus, dass derjenige dann sieht eben, ob es jetzt ein Geist ist. Manche Leute sehen kleine Elfen und irgendwelche. Da gab es diesen jungen Mann, Alex hieß er, der war bei uns im Podcast, den haben Julia und ich mal besucht. Und haben bei ihm, Julia ist ja auch so auf paranormale Untersuchungen gegangen und hat da ihre Geräte mitgenommen. Im Keller bei ihm haben wir da ein bisschen so diese Geräte ausgepackt. Und Julia hat da ihre paranormale Untersuchungen gemacht, weil er uns krasse Geschichten von diesem Haus erzählt hat. Er hat unter anderem erzählt, dass er in seinem Bett lag mal vor einer Wahl. Sein Vater ist leider schon gestorben. Er lag oben im oberen Teil des Hauses im Bett, seine Mutter ein paar Zimmer weiter in ihrem Schlafzimmer. Und er hört eben auf der Treppe und auf dem, also er hört, wie irgendjemand die Treppe hochkommt. Und er sagt, das war so gruselig, denn wenn du ewig in diesem Haus wohnst, auch da aufgewachsen bist, dann erkennst du an den Schritten, wer jetzt die Treppe hochläuft. Ist es deine Mutter, dein Vater, wer auch immer? Das hörst du irgendwie, das kenne ich ja auch. Du hörst, ob jetzt einer von den Kids hochläuft oder was weiß ich wer. Und jedenfalls hört er auf der Treppe Schritte, den ich zuordnen konnte. Und war noch ein bisschen jünger damals, der Alex, und hat sich in sein Bett so rein versteckt, sich nicht getraut aufzustehen. Und dann hört er auf dem Laminatfußboden, hört er so klackern, wie wenn ein Hund läuft. Er hat auch einen Hund und er hört dieses Klackern und es klackert so komisch. Und dann sagt er, der Hund lag aber neben ihm. Oder lag er bei der Mutter, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall wusste er, es ist nicht der Hund. Und plötzlich sieht er eben, als er sich im Bett rumdreht, wie vor ihm, er hat gesagt, er kann das gar nicht anders beschreiben, als wie diesen Gollum aus Herr der Ringe. Also es hört sich auch lustig an im ersten Moment, aber es stand so ein Wesen vor ihm, sagt er. So ein krummbuckliges Wesen, so ähnlich wie du. Und stand vor seinem Fenster und er sagt, es war nicht wesentlich höher, als das Fensterbrett ist. Wie hoch ist so ein Fensterbrett? Keine Ahnung, 70, 80 Zentimeter. Und da stand das Ding, sagt er. Und da hat er sich wieder rumgedreht, weil er Angst hatte. Und als er sich wieder umdrehte, war es weg. Ist dann verschwunden. Ja, er sagt, er kannte den Film noch nicht zu dem Zeitpunkt, Herr der Ringe, weil er sagt, das sei ein bisschen als wie Gollum. Wer weiß, vielleicht hat er es doch irgendwo gesehen. Und ja, entweder war es komplett Einbildung oder dieses Phänomen hat ihm eben diesen Rohling geschickt. Und er hat eben durch sein Bewusstsein, durch seine Gedankenstrukturen vielleicht das draus gemacht. Vielleicht ist das deswegen manchmal so skurril und manchmal auch lustig, wie der junge Mann bei uns im Podcast sonderbar erzählt hat, dass er als Siebenjähriger draußen den Weihnachtsmann gesehen hat, der ihn den Himmel gezeigt hat und auf zwei leuchtende Kugeln gezeigt hat. Oder auf eine leuchtende Kugel, auf so ein Ufo gezeigt hat. Dann stand der Weihnachtsmann da, stand plötzlich vor der Mülltonne draußen vorm Haus und du lachst im ersten Moment. Und dann später hat er von seinen Besuchen, von den vermeintlichen Aliens erzählt, die dann ihm erschienen sind als Fabelwesen, sagt er. Oder als so eine Art Zeichentrickfigur sogar manchmal. Im zweiten Pinguine, sagt er. Irgendwann standen im Halbkreis vor seinem Bett standen Pinguine und haben ihn angeguckt mit ganz komischen Augen. Er war halt ein Kind. Und dieses Phänomen hat ihn eben, wie gesagt, vielleicht so einen Rohling geschickt und sein kindliches Gehirn hat das draus gemacht. Es ist vielleicht manchmal, es ist vielleicht einfach nicht so einfach zu erklären, wie man sich es wünscht. Es ist vielleicht so dermaßen perplex und kompliziert, dieses Phänomen, dass wir es jetzt noch gar nicht begreifen könnten. Du hast die Frage gestellt, ob das in unserer Realität, also in unserer Welt stattfindet, oder ob das woanders in einer Parallelwelt, da kann man sich ja nochmal drüber austauschen, wo das dann noch stattfinden könnte, ob das halt woanders stattfindet. Also wenn du mir von diesem Fall aus England berichtest und erzählst und wir jetzt davon ausgehen, die Kinder haben sich das nicht ausgedacht und das war instant sofort mein Gedanke gewesen, zumindest die Art und Weise, wie du die Information vorgetragen hast, habe ich mir das schon im Laufe der Geschichte schon denken können, dass zumindest auch da eine Plausibilität besteht, dass das auch einfach nur ein Prank, ein Scherz war. Aber selbst dieser Prank, dieser Scherz, wenn sich das als Wahrheit herausstellt und auch das mit der Couch, ich denke, es findet definitiv in unserer Realität statt, wenn das, wie in diesem Fall, ein Nachbar sieht. Also wenn ein Nachbar, der in einem anderen Haus ist, aus dem Fenster schaut und sieht, wie in einem Nachbarhaus ein Kind über dem Bett schwebt, wie das in Ghostbusters 1 ist, dann ist das definitiv in unserer Realität. Weil warum sollte der Nachbar, der zufällig dann rüberschaut, reingesogen werden in die andere Realität des Menschen, dem da gerade etwas passiert? Vielleicht, weil er in der Art und Weise Teil dieses Phänomens ist, weil das Phänomen entschieden hat, dass er Teil davon ist und in diesem Radius eben die Leute mit hineinzieht. Ich weiß es nicht. Sorry. Das weiß ich nicht. Ich glaube, das halte ich dann einfach für rein zufällig beziehungsweise gar nicht möglich dann in dem Fall. Da, wo ich das für möglich halten würde oder wo ich sagen würde, ja, da wäre ansatzweise etwas dran, ist, wenn ich sagen würde, was ich ja schon mal unter anderem irgendwo mal getroppt habe innerhalb der ersten Episoden, die wir gemacht haben, weil da waren wir ja noch ziemlich persönlich. Innerhalb der ersten zehn, elf, zwölf Episoden, da haben wir über viele persönliche Sachen gesprochen. Aber da ging es ja auch um so eine Thematik, um so eine ähnliche zumindest wie heute Abend hier, ist, dass wir halt oft darüber debattiert haben, wo das halt dann auch grundsätzlich stattfindet, in welchem Raum. Aber wenn jemand anderes in so eine andere Realität reingesogen wird, der zufällig dann erscheint, ja, dann glaube ich, dann ist das nur möglich, wenn das Leben vorbestimmt ist. Also wenn alles bereits durchgeplant ist, dass das halt einfach safe ist. Weil es kann ja immer passieren. Und ich glaube, dass dieses zufällige Reinsaugen, weil auf Basis welcher Bemessungsgrundlage zieht das Phänomen denn vielleicht Menschen rein? Also die, die vielleicht in der Umgebung sehen, die es vielleicht nur sehen, ja, werden sie dann beeinflusst? Die Menschen, die aber trotzdem, sag ich mal, genauso weit weg sind von einer Meta-Anzahl, als wie der Typ, der das mit den Augen sieht, aber das nicht sehen, wird deren Mindset oder deren Verstand da trotzdem geändert? Sie nehmen zwar nicht, oder sie sehen es nicht, aber nehmen trotzdem an dieser alternativen Realität daran, teilweise halt sehr nah dran sind. Und wie weit spinnst du das? Also was für einen Radius nimmst du da? Und genau das ist eben der Punkt, wo ich dann sage, dann glaube ich, dass da niemand einfach reingesogen wird in so etwas anderes, was jemandem passiert. Denn es kann dann eigentlich nur sein, dass es in dieser Welt, also in diesem Hier und Jetzt, wie das jeder von uns dann hier sehen mag, wir sind uns ja alle ungefähr einig, was wir ja hier damit meinen, einfach das Hier und Jetzt, dass das dann hier passiert. Und definitiv, wenn man daran glaubt, dass das Wahrheit ist. Und wenn es halt, wie ich jetzt sage, Aussagen gibt von Menschen, die das von außen halt sehen, dann sollte da doch erst recht eigentlich genug Grund da sein, um da wirklich hinterher zu sein, um da zu forschen. Weil das halte ich für haltbarer und wichtiger in diesen Bereichen zu forschen, als irgendeinem, verzeiht mir, dass ich das sage, einem schlechten UFO-Bild hinterher zu jagen und analysieren zu wahren, ob das jetzt ein echtes Ding da ist oder ein Fake ist. Jacques Vallée hat sich oft kritisch geäußert, was die Mainstream-Wissenschaft angeht. Er hat kritisiert, dass viele der Wissenschaftler geneigt sind, diese ungewöhnlichen, absurden Phänomene eben zu ignorieren oder schlecht zu reden, anstatt sie ernsthaft zu untersuchen. Das war ein großer Kritikpunkt Jacques Vallées, was das angeht. Und er hat eben immer betont, wie notwendig es ist, dass man diese Phänomene eben mit einem, wie er es genannt hat, glaube ich, offenem Geist eben gegenübersteht und sie eben auch erforscht. Das ist ganz wichtig. Und zu der Idee, die ich hatte mit diesem Rohling, Jacques Vallée glaubt auch, dass die Art und Weise, wie UFO-Phänomene eben wahrgenommen interpretiert werden, stark von Glaubenssystemen abhängt oder kulturellen, Schreckstrich, soziokulturellen Einflüssen und vielleicht auch durch, ja, Folklore, glaube ich, könnte man sagen, oder kulturelle Erzählungen. Ich glaube, er ist der Meinung, dass es stark davon abhängt, eben wen es da erwischt und in welchem Umfeld er lebt oder aufgewachsen ist. Und das ist eben, ja, das ist so im Groben auch das, was ich mir denke. Das, was dich ausmacht, eben das Phänomen beeinflusst oder ihm die Form gibt. Das finde ich ganz spannend. Aber um nochmal darauf zurückzukommen, wo es sich abspielt, ist es hier, du sagst, es ist vermutlich hier auf unserer Realitätsebene, wenn es denn verschiedene Ebenen gibt, wir wissen es nicht, kann es sein. Allerdings gibt es ja auch so Phänomene wie den Os-Faktor, den dann manchmal UFO-Leute empfinden, die UFO-Nahbegegnungen haben oder vielleicht Entführungsopfer sind. Os-Faktor oder Missing Time, dass denen einfach Zeit fehlt. Das ist doch auch ganz merkwürdig, dass du irgendwie fährst auf der Autobahn, siehst irgendwie ein helles Licht vor dir und zack, auf einmal sind irgendwie vier Stunden vergangen, du weißt nicht, was passiert ist. Mittlerweile haben sie dir irgendwie auf so einem UFO irgendwas in die Nase reingestopft oder irgendwas anderes Merkwürdiges mit dir gemacht. Daran erinnern sich die Leute dann manchmal im Nachhinein oder in Hypnosesitzungen. Oder wie angesprochen, der Os-Faktor, dass plötzlich alles so mega leise wird. Du hörst keinen Vogel mehr zwitschern, keine Grille zirrt mehr. Es ist plötzlich, auf einmal befindest du dich wie im Auge des Sturms, deswegen heißt das ja auch so. Und du bist plötzlich, ja, wie in einer anderen Welt für einen Moment, in der ist alles still. So, da kann ich dir mal was zu sagen. So, und jetzt packt man die Aluhüte alle aus, weil jetzt kommt etwas in dem Bezug, wo du gerade sowas sagst, ist mir gerade etwas eingefallen, was ich seit Monaten beobachte. Und zwar, dass alles nämlich auf einmal still wird. Das habe ich nämlich öfter. Ich habe nämlich die Angewohnheit, wenn ich mich schlafen lege, dass ich immer Musik höre. Immer Musik, die ich kenne, aber auch, ja. Also ich höre da nichts Neues oder so, weil man will ja zu Sachen einschlafen, die man ja kennt. Weil wenn was Unvorhergesehenes in der Musik vor allem passiert so, das catcht dich dann, vor allem als Musiker irgendwo. Dann hört man ja bewusst hin und dann kannst du ja nicht einpennen. Deswegen höre ich immer halt Musik, die ich ja doch kenne. So, und es gibt natürlich Momente, wo man ab und zu mal wegnegt und dann mal wieder kurz wach wird oder so. Das ist das eine. Was ich aber festgestellt habe, und ich lasse die Musik immer so weit laufen, dass ich auf jeden Fall genug mitbekomme, egal auf welcher Seite ich dann liege, dass es immer wieder Momente gab, wo ich dann eindeutig wach war, aber in Gedanken irgendwo gewesen bin und es wirklich komplett still war. Das heißt, dass ich die Musik ausgeblendet habe für wirklich mehrere Sekunden lang sowie auch komplette Geräusche. und mir dann dieser Gedanke kam und dieser Gedanke kam dann halt auch öfter, eigentlich müsste doch gerade noch Musik laufen. So, und dann fängt das wieder an und dann wird man da wieder reinversetzt. So, wo du das gerade nämlich genauso beschreibst, wie du das eben genau gesagt hast, dachte ich mir so, hey, das könnte ich sein. Ich glaube da jetzt nicht so dran, aber das könnte doch etwas sein, wo man sagt so, oh, Obacht, lieber Aluhuddin, da könnte jetzt ein Befund da sein. Aluhuddin, finde ich gut. Haben wir das hier letztens besprochen, in der letzten Folge? Ich weiß es nicht mehr. Ich sage es einfach nochmal. Wir hatten es, glaube ich, drüber, dass wenn du manchmal einfach vor dich hinstarrst, das kennt ja jeder. Du stehst irgendwie da, bist irgendwie so versunken, manchmal in Gedanken, manchmal denken wir etwas nach, manchmal auch nicht. Manchmal reden die Leute neben dir, das geht mir auf der Arbeit manchmal so und es ist nichts, kein Gespräch, dem ich gerne folgen möchte und irgendwie gucke ich dann auf eine Wand oder ich gucke irgendwo hin und man guckt so ein Loch in die Luft, sagt man ja, starrst ein Loch in die Luft und plötzlich kriegst du einfach nur mit, dass jemand neben dir schnippst und sagt, hey, wach mal auf, was ist mit dir los und dann warst du so irgendwie für einen Moment weg und hast aber auch, du kannst dich nicht erinnern, dass du gerade an irgendwas gedacht hast. Hast du an irgendwas gedacht oder nicht? Also mir geht es oft so, dass ich einfach mal kurz so abdrifte, mein Gehirn driftet ab, ich denke aber an nichts. Es ist einfach so eine komplette Lehre, so eine angenehme Lehre auch für einen Moment, in der du offensichtlich oder augenscheinlich an nichts denkst. Vielleicht weiß ich noch nicht mehr manchmal, aber das kann bestimmt der eine oder andere jetzt nachvollziehen, was ich meine. Man steht manchmal nach, guckt noch in die Luft und du denkst an nichts. Wo bist du in dem Moment? Wo ist dein Gehirn oder dein Gehirn? Dein Gehirn, das weiß ich, wo es ist, aber wo ist dein Bewusstsein vielleicht in dem Moment? Es gibt, ich habe mit Leuten gesprochen, für den englischen Podcast, die haben gesagt, in dem Moment bist du da, wo du wirklich hingehörst. In dem Moment ist das Bewusstsein irgendwie zu Hause, haben sie gesagt. Das ist so eine Theorie, dass das Bewusstsein dann zu Hause ist und dass es da ist, wo wir wirklich herkommen. Da geht das mal kurz Urlaub machen, zu Hause sozusagen. Das ist für manche der Beweis, dass wir so eine Hülle sind, die eben, in der das Bewusstsein eben lebt, aber die Hülle gar nicht wichtig ist. Das ist genau wie diese Astralreisen. Nein, stopp, 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 jetzt lass mich mal bitte mal was dazu sagen. Weil du kennst schon, ich merke schon, ja. Ich komme gleich mit meinen Antworten. Es ist unglaublich. Oder ich muss auf jeden Fall was dazu sagen. Es ist ja unglaublich. Thema Gehirn und dieses einfach irgendwo hinstachen. Ich denke, wie hast du das genannt? Die angenehme Lehre. Ja, also die angenehme Lehre im Gehirn, dass einfach nichts gerade in dem Moment stattfindet und dass, wenn jemand stimmt, dass man dann wieder in der Realität ankommt. Ich denke, was man erst mal sagen muss, im Grunde genommen ist es erst mal der wichtigste Fakt, von vornherein. Diese angenehme Lehre können Männer, glaube ich, grundsätzlich mehrfach am Tag spüren und empfinden. Und da sind wir meistens auch Experten drin. Das heißt, jedes Mal, wenn wir gefragt werden, woran man denkt, ist es in den meisten Fällen wirklich nichts, wenn man nichts sagt. Und diese angenehme Lehre, ich glaube, die genießt jeder Mann von uns. Jetzt haben wir zumindest mal wieder unsere normale Zielgruppe abgeholt, was das angeht. Und sollte man ja auf jeden Fall machen. Und der zweite Punkt ist, der aber auch nicht zu unterschlagen ist in dem Fall, ist, dass ich mir gerade gedacht habe, normalerweise müsste ich mich jetzt in so ein, das ist eine Kernspintomographie setzen, weißt du? Oder ich hatte das mal gehabt vor zwei Jahren und deswegen schaut euch mal die ersten Episoden des JVR-Podcasts an. Da hatte ich so ein paar gesundheitliche Themen gehabt und da bin ich auch mal zum Arzt gegangen und der hat dann gesagt, aus Sicherheitsgründen oder um generell erstmal alles abzuklären, gerne auch mal einen Gehirnscan machen. Ja, dann wurden mir so diese Tentakeln dann auf den Kopf gesetzt und da wurden die Gehirnströme gemessen, um festzustellen, ob da irgendetwas Auffälliges war. Und was für mich gerade ganz interessant eigentlich wäre, wäre die Situation, dass man Gehirnströme misst bei einem Menschen, der dann auch nachdenkt und der sagt, der denkt gerade nach und dann dieses sich bewusst halt in diese Abwesenheit setzen, weil das kann man ja bewusst machen. Ja, also das kann man ja. Du musst ja nur ein paar Sekunden intensiv Zeit nehmen, um ja wirklich in dieses Stadium sozusagen zu kommen, wo man halt wirklich abwesend ist dann sozusagen. Nicht komplett, aber du kannst das schon sehr gut simulieren. Und dann würde ich aber da schon mal sehen wollen, dass wenn dann jemand abgedriftet ist, wie verhalten sich nämlich die Gehirnströme? Weil ich mir durchaus denken kann. Und das wäre ja eigentlich total cool, dass man sagt so, das wäre der Moment, wo du gesagt hast, da ist man dann wirklich da, wo man zu Hause ist oder wo man wirklich ist. Diesen Gedanken halte ich für ein bisschen zu weit hergeholt. Was ich aber durchaus sagen würde, ist, dass wenn das eintritt, dass man da in diesem Moment abdriftet, ist es einfach nur gerade ein Stand-by-Modus des Gehirns oder generell des Organismus dann in dem Fall, dass alle Organe, die funktionieren sollten, funktionieren außer Bewegung, Gedanken und Augenblinzeln. Und das ist doch eigentlich mal ganz angenehm, dass man sagt, so ich da resettet sich das mal kurz, einmal kurz Neustart sozusagen. Und dann geht's weiter. Vielleicht ist es auch nicht mehr als das. Vielleicht ist es nicht mehr als das. Vielleicht braucht dein, vielleicht ist es ein ganz normaler, logischer Vorgang, der im Gehirn stattfindet, weil dein Gehirn das einfach braucht. Vielleicht, wie in dem Fall, den ich vorhin gesagt habe, manchmal sind so die Gespräche unangenehm und du willst gar nicht zuhören oder kommst irgendwie, aber jetzt gerade auch nicht weg aus der Situation, weil es eben auf der Arbeit ist und dann schaltet dein Gehirn einfach mal kurz ab. Das kann natürlich auch sein und es ist ebenfalls sehr schwierig zu bewerten, was es ist. Ist es was Ungewöhnliches oder ist es ein ganz normaler, wie gesagt, ein ganz normaler Vorgang, der ganz logisch zu erklären ist? Das weiß ich natürlich nicht. Wie schaut es bei dir aus? Du hast jetzt auch schon wahnsinnig viel gehört zum Thema Nahtoderfahrungen, außerkörperliche Erfahrungen, Astralreisen vielleicht. Da sind auch diese Themen von denen ich früher so ein bisschen Angst hatte oder mich dagegen gesträubt habe und gewehrt habe und gedacht habe, manchmal ist das für ein Bullshit. Aber mittlerweile sehe ich es ja auch ganz anders. Für mich ist das mittlerweile, ja, es ist Realität. Ich glaube, dass es das gibt. Da habe ich mehr als genug gehört von sehr interessanten Leuten und auch von Leuten, die das aktiv betreiben und erleben jeden Tag. Was? Daniel, da muss man aber spezifizieren, weil Nahtoderfahrungen kann man, glaube ich, nicht jeden Tag erleben im Vergleich zu Astralreisen. Also ich glaube, dass wir da, da wollte ich direkt was zu sagen. Ich glaube, dass wir da, wir können da gerne drüber sprechen, aber ich denke, dass man da Phänomen für Phänomen unterscheiden muss. Es erleben jeden Tag irgendwo, vielleicht Menschen, sagen wir es mal so, eine Nahtoderfahrung. Ja, vielleicht. Nicht, dass jeder jeden Tag eine Nahtoderfahrung hat, logischerweise, aber es gibt sehr viele Menschen, die... Die habe ich jeden Freitagabend und jeden Samstagabend und hin und wieder jeden Sonntagabend. Nichts willst du laufen? Nein, aufgrund von Fernsehmarathon und Fortbildungs-JWR-Podcast-Marathons. Es ist auf jeden Fall so, dass wir sehr viele Berichte haben über Nahtoderfahrungen. Lassen wir die mal weg. Nehmen wir einfach nur mal die Astralreisen und die außerkörperlichen Erfahrungen. Wie schaut es bei dir aus? Glaubst du, glaubst du, dass es das Phänomen gibt, dass es Realität ist? Glaubst du an diese außerkörperlichen Erfahrungen und Astralreisen? Glaubst du, hier mal ein Beispiel für eine klassische außerkörperliche Erfahrung, damit auch die Leute, die vielleicht noch nie was davon gehört haben, dass die vielleicht mal so ein Beispiel auch mal hören. Und dann kann ich dir sagen, ob ich daran glaube oder nicht. Es gibt ja Leute, die sagen, die können sich in diesen Zustand versetzen, indem sie ihren physischen Körper dann am Ende verlassen, umher, wandern, fliegen, was auch immer können und sich eben auf einer anderen Ebene bewegen können mit ihrem Astralkörper und damit eben auf Reisen gehen können. Das war ganz einfach und simpel erklärt. Und sagen wir es einfach so, glaubst du, dass es möglich ist, deinen physischen Körper in einem, ist kein Schlafzustand, schlafähnlichen Zustand, vielleicht ist es auch was ganz anderes, in so einem Zustand, dass du dich in so einem Zustand versetzt, in dem du eben deinen Astralkörper ablösen kannst von deinem physischen Körper und dich mit dem bewegen kannst. Glaubst du das? Und dann zurückkehren kannst, wenn du das möchtest. Glaubst du das, dass es eine Realität ist? Wir sind gerade im Wachstum mit dem JVR-Podcast und über 1200 Abonnenten stark und jetzt zwingst du mich, eine fast definitive Antwort zu einem sehr, sehr wichtigen und elementaren Thema und sehr wichtigen Inhalt unseres Podcasts zu geben. Und ich glaube, das möchte ich nicht innerhalb von 63, 64 Episoden, die wir bisher abgedreht haben, spoilern. Ich möchte eine Politiker-Antwort liefern, die aber trotzdem treffend ist, weil ich da wirklich dran glaube oder weil ich da zumindest hinterstehe. Du hast mich gefragt, ob ich daran glaube, dass außerkörperliche Erfahrungen, dass es sowas gibt. Ich glaube, dass das nicht auf mich zutreffen kann und wird. Ich möchte aber Menschen nicht absprechen, die solche Erfahrungen gemacht haben, darüber sprechen, dass denen das nicht passiert ist. Ich sehe das relativ neutral. Also auch die Koffer in Richtung Absurdistan-Geschichten natürlich so krass, die auch manchmal sein mögen. Ich denke mir da erstmal und da denke ich an die zweite Episode vom JWA-Podcast zurück. Thomas G. Hornauer war da zu Gast. Und der hat eine entscheidende Sache am Ende des Podcasts gesagt, wo er mich ja fast gelüncht hat, weil ich ja da gewagt habe, ihn zu kritisieren. Wo er gesagt hat, wie kannst du dir anmaßen, etwas darüber zu sagen, weil ich habe dir von meinem Leben berichtet und da gibt es gar nichts daran zu kritisieren oder darüber zu diskutieren. Und natürlich ist König Thomas eine sagen wir mal eine umstrittene Figur natürlich, das ist vollkommen klar, aber wenn du diesen Satz einfach nur so nimmst, wie kann man sich anmaßen, darüber zu sprechen oder darüber zu urteilen, was andere Menschen sagen, erlebt haben oder in welcher Richtung auch immer das denkbar ist. ich halte diesen Ansatz für sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ich glaube eben nicht an solche Themen, weil ich denke, weil ich ja bisher auch nichts erlebt habe. Ja, das ist ja genau das, was wir am Anfang der Sendung ja auch gesagt haben. Den einen passiert manchmal was, dann gibt es Menschen, denen passiert dann immer irre viel, ja, da sind manchmal viele Verrückte bei. Und dann gibt es ganz, ganz viele Menschen, wo ich halt leider dazugehöre, denen noch nie was passiert ist oder die noch nie was bewusst gesehen haben. Und wenn ich jetzt schon 31 Jahre meines Lebens noch nie solche Erfahrungen gemacht habe, fällt es mir schwer, an solche Dinge zu glauben, die nicht dieser Realität entsprechen, die ich gerade durchlebe, ja, wenn ich das zumindest mal darauf beziehe. Und möchte aber nicht sagen dann in diesem Fall, dass wenn da jemand darüber berichtet, der dann auch darüber Seminare gibt und der damit Geld verdient, ja, also wir haben da ja schon mit verschiedensten Menschen drüber gesprochen. Ja, also wenn es bei anderen Menschen passiert ist und das für diese Menschen Realität ist, dann freut mich das für die Menschen, wenn es was Positives ist, wenn sie natürlich entführt werden und vergewaltigt werden von Aliens, das freut mich natürlich nicht, dann tut es mir natürlich umso mehr leid, dass das passiert ist. Aber wie König Thomas sagt, also was soll ich mir da irgendwas anmaßen? Ich glaube einfach, dass es für mich einfach nicht zutrifft. Manche Sachen wünsche ich mir. Also eine andere Frage wäre, was glaube ich viel interessanter ist, was man sich vielleicht manchmal wünschen würde, was vielleicht wirklich Realität ist, wo andere sagen, ach, wie kannst du das noch anzweifeln? Da gibt es doch genug Beweise. Also da kannst du ja jede einzelne Sendung von uns auseinandernehmen. Da findest du immer Dinge, wo einer von uns irgendwas anzweifelt und wenn da der richtige Haluhut drunter sitzt, dann kommt da 50 Zeilen Text drunter mit Begründungen, was wir anzweifeln, was eigentlich schon definitiv feststeht. Deswegen die Frage nach Wünschen ist, glaube ich, interessanter als nach wirklicher Überzeugung dann vielleicht. Also willst du die Frage nicht beantworten, weil du keine Antwort geben kannst, weil du dich nicht entscheiden kannst aufgrund deiner fehlenden Erfahrungen? Genau, so sehe ich das. Genau, also das hat nicht den Hintergrund, weil ich mir jetzt da irgendeine Community womöglich verbrenne, wenn ich sage, ich glaube, dass das definitiv nicht existiert, weil dann ist der Gedankensprung ja nicht weit, dass ich das ja auch für Quatsch empfinde. Das ist nicht der Grund, warum ich da keine definitive Antwort zu geben kann, sondern der Hintergrund ist da wirklich, weil im Leben hat sich für mich immer herausgestellt, ist das egal, was Menschen sagen, also auf komplett alles bezogen, egal was Menschen sagen, ich muss meine eigenen Erfahrungen machen, ich muss das selber erleben und durchleben und das habe ich in einer der ersten Folgen des JWA-Podcasts mal gesagt, wenn Eltern ihre Kinder immer zum Besten erziehen würden, dann würde es schon seit Generationen perfekte Menschen geben, dann hätten wir keinen Krieg auf der Welt so. Das funktioniert aber einfach nicht, weil jeder seinen eigenen Kopf hat und jeder seine eigene Erfahrungen eben machen muss, um zu lernen, wie das Leben eben funktioniert und das sehe ich dann in diesem Bereich, worüber wir jetzt hier gerade sprechen, sehe ich das halt auch so. Ich kann da keine definitive Antwort darauf geben, weil auf der einen Seite und deswegen sage ich, der Wunsch danach oder darüber zu sprechen, was man sich vielleicht wünscht, ist da vielleicht interessanter in dem Fall, weil für Pro und für Contra, ja, was sowas angeht, diese Themen angeht, wenn man möchte, dann gibt es auf beiden Seiten genug Beweise, die dafür sprechen und die gegen das andere sprechen und umgekehrt. Wie kann ich mir dann da ein Urteil anmassen, wenn ich selber das noch nie erlebt habe? Dann wirklich zu sagen so, ja oder nein, weil Glaube ist letzten Endes nicht nur Glaube, sondern Glaube ist auch gleichzeitig Überzeugung. Wenn ich an etwas glaube, bin ich von etwas überzeugt und ich kann in diesem Fall, weil da geht es um die Definitionssache, Glaube und Überzeugung, ich kann davon nicht überzeugt sein, weil für mich persönlich, mir als Mensch wichtig ist, eigene Erfahrungen zu machen und wenn mir die fehlt, kann ich davon nicht überzeugt sein. Du hattest doch dieses Rückführungserlebnis. Wie bewertest du das? Das war ja ein Rückführungsvideo gewesen, ein YouTube-Video und da habe ich mich eine Dreiviertelstunde lang hingelegt und hatte mich darauf eingelassen und hatte nach dieser Rückführung ja unter das Video sofort runtergeschrieben, was ich erlebt habe, weil ich ja vermeiden wollte, dass wenn ich das einen Tag später kommentiere, hey danke, ich habe das und das erlebt, dass ich da Sachen dann reinschreibe, die ich reininterpretiere, weil ich meine, dass ich das in der Rückführung von gestern gesehen habe, also habe ich das sofort niedergeschrieben und untergeschrieben und eine Zuschauerin des JWR Podcast meine, ich hatte letztens auch mal gefragt, was ich auch grundsätzlich von dieser kompletten grenzwissenschaftlichen Thematik halte und hatte auch eben auch auf diese Rückführung verwiesen, dass ich eben gesagt habe, ist, dass ich keine eigenen Erfahrungen so gemacht habe. Das Einzige, was das Rückführungsvideo oder diese Rückführung betrifft, ist, dass ich einmal etwas Bewusstes gemacht habe, was natürlich mein Glaubensbild ein bisschen ins Wanken gebracht hat. Also das muss ich ja definitiv sagen, weil das ist eben ja genau der Punkt. Jetzt habe ich meine eigenen Erfahrungen gemacht und das Video, dieses Rückführungsvideo stammt ja vom lieben Herbert Stöberl, aber auch der liebe Herbert Stöberl hat gesagt, als du ihn ja mal im Interview hattest und ihn gefragt hast, ob das alles Realität ist, was die Menschen dann da sehen oder sagen oder aussagen, dass er gesagt hat, im Grunde genommen ist es auch vollkommen egal, ob das jetzt wirklich wahr ist, was die da sehen, spüren, fühlen oder nicht. Oder ob das einfach ausgedacht ist. Weil es geht ja am Ende des Tages darum, dass Menschen zu einem Ergebnis kommen. Dass es Menschen dann in diesem Fall natürlich besser geht, aber dass Menschen zu einem Ergebnis kommen, weil jemand wünscht sich etwas, macht bewusst diese Rückführung und dann sieht er etwas. Also ist das Ziel ja erreicht. So, in jedem Fall ist es erreicht, also ist die Tat vollbracht. Und der Herbert Stöberl-Ansatz ist da vor allem jemand, der das natürlich auch beruflich macht, der dann das natürlich so offen sagt, wo hast du das natürlich auch dann in diesem Fall? Dass jemand sagt, ob das jetzt funktioniert oder nicht, ist doch vollkommen egal. Ob das der Realität der Wahrheit entspricht, ist doch vollkommen egal. Es soll doch funktionieren und es soll zum Ziel führen und es führt ja genau zu diesem Ziel. Es führt dann nicht irgendwie zu irgendwelchen anderen Gedankengängen, dass Menschen dann in diese Therapien, in diese erleben, fühlen oder sehen, die nichts mit einem früheren womöglichen Leben zu tun haben, sondern es ist ja auch immer genau das, was dann aufkommt, wenn es funktioniert, wenn dieser Zugang dann geschaffen wird. Du hast ja auch gesagt, du hast es mehrfach probiert, du hast da bisher noch keinen Zugang zu diesem Video geschaffen können. Vielleicht hatte ich da Glück gehabt, aber jetzt stand ich da, bis zu diesem Zeitpunkt dachte ich auch natürlich Rückführungen, ja, da könnte irgendwo ein bisschen was dran sein, aber es gibt ja auch Milliarden von Menschen, die daran glauben, allein aus religiösen Hintergründen und da könnte ja durchaus irgendwo was dran sein und war aber schon eher ein bisschen kontra eingestellt. Der Punkt kommt aber dann natürlich, wenn ich diese eigenen Erfahrungen mache, so und dann bin ich natürlich baff, was ich da selber gesehen und gespürt habe und wenn ich, ich hatte das vor kurzem noch mal gelesen, was ich da gesehen habe, wenn ich das so lese, kam es mir auch sofort hoch, wieder natürlich Bruchstückhaft, weil es ist ja eben schon über zwei Jahre, glaube ich, mittlerweile her, das ganze Thema oder anderthalb Jahre her, jetzt kann ich nicht mehr auf diese Erinnerungen zurückgreifen oder das, was ich da bewusst in diesem Moment gesehen habe, als ich das gemacht habe, da kann ich nicht mehr darauf zurückgreifen, das ist einfach mittlerweile zu weit weg, aber es hat mich dem Ganzen näher gebracht und das ist eben genau das, was für mich als Person letzten Endes wichtig ist, dass es eben Dinge gibt, die auch mir dann in dem Fall passieren könnten. Rückführung generell, ob es funktioniert oder nicht, für mich hat es funktioniert, ich habe etwas gesehen, ob das wirklich dann mein früheres Leben war, ob ich wirklich diese Person war, also die Zufälle wären schon krass, also die Stadt, die ich gesehen habe, der Name, den ich hatte, dass diese Person laut historischen Akten, also über Google suchen in dem Fall, also dass dieser Name auffindbar ist, dass das Stadtbild genauso heute noch entspricht, wie das entsprochen hat, wie in der Zeit, wo ich das gesehen habe, das war so 18. Jahrhundert rum, 18. 17. Jahrhundert rum, so in dieser Zeit, so mit Pflastersteinen, Fachwerkhaus und ganzen Gedöns, ich habe es gesehen und dann wurde mir der Name in der Rückführung gesagt oder ich habe meinen Namen gehört, dann habe ich den Namen gegoogelt und dann habe ich gesehen, dass das ein früherer Bürgermeister war aus einer Stadt, ich meine in Bayern und habe dann geschaut und habe mir dann die Stadt angeschaut und habe dann gesehen, das ist exakt die Stadt, also zumindest vom Look, also nicht genau die Gebäude und so, das wäre übertrieben, aber genau der Look dieser Stadt, dieser Innenstadt, das war genau so, wie ich das gesehen habe in dieser Rückführung und ich habe von dieser Stadt noch nie gehört, ich habe von diesem Mensch noch nie gehört, der ich dann wohl, anscheinendlich dann wohl gewesen bin in dieser Rückführung, zumindest dort war ich es gewesen, dort war ich es, in diesem Moment war ich es, da ist natürlich die Frage, bin ich da dann in der Realität als Mensch, als ich, als Dean oder bin ich dann in diesem Moment halt woanders, da kannst du ja auch wieder in diese Richtung abdriften, dass man da wieder diese Abzweigungen machen kann. Am Ende des Tages, ich weiß es nicht, es war sehr interessant und ich würde sie derzeit wieder machen, mir fehlt einfach die Zeit im Moment, weil man muss sich wirklich, glaube ich, darauf einlassen, weil ich würde gerne mal sehen, ob es ein Sequel dazu gibt, geben würde, ich würde gerne mal Teil 2 sehen, komme ich in das gleiche Leben, was ich schon mal gesehen habe oder was vollkommen anderes. Das, was interessant wäre, wäre, wenn ich eine Rückführung hätte, wo ich etwas sehen würde, wo ich eine Person des Lebens, des öffentlichen Lebens bin, die früher mal gelebt hat. Weil wenn sowas zum Beispiel passiert, wenn sich sowas irgendwie einschleicht oder so in diese Gedankengänge, wenn man diese Rückführung macht, ich glaube, dann kann ich nahezu 100 Prozent sagen, dann ist das nicht echt. Guck mal, wie viele Menschen behauptet haben, dass sie früher Hitler waren. Ja, das stimmt allerdings, das haben viele Menschen behauptet. Ja, es ist sehr krass. Also dein Erlebnis, muss ich sagen, das war schon echt heftig und es ist schon länger als anderthalb Jahre zurück oder zwei Jahre, das ist, glaube ich, schon vier Jahre zurück. Und was so spannend war für mich damals, war, dass du mir dieses Video gezeigt hast. Ich wusste von dem Video gar nichts. Das hast du mir geschickt und hast gesagt, hey, das habe ich ausprobiert. Und dann habe ich das auch tausendmal versucht und bei mir ist nichts passiert. Also ich konnte mir das gar nicht auch bildlich vorstellen. Er sagt ja, stellt euch jetzt mal das vor und dies vor. Keine Chance hat bei mir nicht geklappt. Also bei mir sind auch gar nicht diese Bilder entstanden. Er beschreibt den Weg, auf den du gehst und dann stehst du, glaube ich, vor diesen Kugeln. Ja, die Wegbeschreibung ist unglaublich. Du gehst durch diesen Wald und dann triffst du irgendwann auf ein Feld, wo Kugeln, also runde Kugeln, so in einem Kreis formiert sind. Und Herbert beschreibt in dem Fall, wie du dich langsam darauf zubewegst und gibt dann auch Befehle, wie du dann auch deine Körperteile, also deine Gliedmaßen noch anspannen sollst und immer fühle dich so weich wie eine Nudel. Ja, also jede einzelne Gliedmasse so weich wie eine Nudel. Und durch diese Körperanspannung oder durch diese Körperanspannung kommst du in einen natürlichen Entspannungszustand. Alleine schon automatisch deswegen, weil du das mitmachst und du lässt dich ja darauf ein und dann ist auch ruhig und dann fährt der Körper auch runter. Ich meine, dass es Entspannungsübungen gibt, das ist ja jetzt kein Humbug, sondern das ist ja bewiesen. Oder auch da gibt es wahrscheinlich Leute, die sagen, ja, das ist alles Fake News. Das ist einfach nur eine reine Kopfsache. Man muss keine Entspannung machen. Das ist einfach nur eine Kopfsache. Würde ich abstreiten. Also jeder, der meint, dass das Fake News ist, macht mal einen Podcast und dann seht ihr, wie wenig Zeit eures Lebens da noch bleibt in der Woche. Ich habe den Punkt vergessen, worauf ich hinaus wollte, aber das war ein schönes Thema. Ja, nicht so schlimm, wenn du es vergessen hast. War echt sehr interessant. Grüße gehen draußen, Herbert Stöberl. Den hatten wir auch im Podcast. Ja, sehr interessant. Ich, vielleicht, hau das Video doch mal in die Podcast-Beschreibung und dann könnt ihr da draußen diese Rückführung mal durchführen und könnt uns mal schreiben. Schreibt uns eine E-Mail, schreibt uns in den Kommentaren, ob das bei euch geklappt hat und dann bequatschen wir euer Erlebnis. Ganz spannend. Jetzt auch nochmal versuchen. Ja. Und jeder, der vielleicht auch mit uns sprechen möchte in einer Aufnahme, auch sehr gerne willkommen. Also wie gesagt, jwrpodcast.mail.de. Die Mail ist in der Video- sowie Folgenbeschreibung. Gut. Dann machen wir Schluss für heute. War schön. Es war heute sehr schön und es war spontanus Maximus. Vielleicht auch da mal ein Insight. Wir sind ja jetzt am Ende. Jetzt gucken eh wieder nur die 30 Prozent zu, für die, für die wir jeden Tag aufstehen und wirklich eigentlich jeden Tag was machen. Also das ist ja wirklich ungelogen. Es gibt ja keinen Tag, wo man nicht mit, zumindest ich, mit JWR Podcast beschäftigt ist. Bevor haben wir, wir haben 23.15 Uhr. Es ist Mittwochabend. Das, was ihr jetzt seht, ja, das ist so vor 17, 18, 19, 20 Stunden. Siehst du, ich bin schon so durch, weil der Tag war schon echt lang. Also wir haben das gestern Nachts sozusagen aufgenommen. Zumindest ist da die Bearbeitung erschienen, gemacht worden und dann das Video erschienen. Also ein paar Stunden nach Aufnahme. Das ist sehr, sehr zeitintensiv. Und diese ganzen Dinge, die im Kopf dann passieren, was eben auch dann eine Rückführung dann auch dann beinhaltet oder mit einschließt dann in dem Fall. Da ist halt immer wirklich dann auch so eine Frage, die ich mir immer stelle. Ist das wirklich eine Kopfsache, dass es halt eine bewusste Sache von mir aus sozusagen kommt? Oder ist das wirklich etwas Größeres, was dahinter steckt? Und wir haben die letzte Woche ja über die ganzen, über das Phänomen gesprochen. Ja. Und wir sind da noch keinen Schritt weiter gekommen. Aber ich denke, in so zehn Jahren könnten wir es ergründet haben. Und ich verweise gerne auf das Reaction-Video nochmal zurück, weil ich auch da, glaube ich, gesagt habe, ist, dass ich halte mich gerne an die Aussagen von Bill Clinton, dass wir definitiv in nächster Zeit da draußen etwas sehen werden oder etwas finden werden. Aber wir sollten uns nicht so viel Panik machen, weil das wird schon alles klappen. Das wird schon alles gewählte Menschen auf der Welt Phänomene wahrnehmen oder denen Dinge passieren. Ich meine, da stelle ich mir auch die Frage, dass das Phänomen selbst, das wird das ja auch irgendwo observen. Die werden ja nicht irgendwie irgendwas auf die Erde sozusagen schicken, sondern die werden ja trotzdem ja auch wahrscheinlich beobachten, wie reagiert der Mensch darauf. So. Wenn Leute reihenhaft vergewaltigt werden von Aliens, dann wird das auch wahrscheinlich das höhere Wesen, das Phänomen, das sehen und dann wahrscheinlich auch denken, ja, das tut den Menschen nicht so gut. Die werden danach wahrscheinlich so verrückt. Das sieht man doch. Aber die machen das ja wohl immer und immer wieder. So. Und da denke ich mir, dann müsste ja das höhere Wesen oder das größere, was das steuert, diese Existenz, die müsste dann wahrscheinlich auch eine Ethik irgendwo haben und die ist dann in dem Moment fragwürdig. Wir werden uns dieses Video in zehn Jahren nochmal angucken, werden vielleicht eine Reaction machen auf dieses Video. Wer weiß, was wir in zehn Jahren wissen. Ich werde in zehn Jahren immer noch fantastisch aussehen und du streamst aus der Nervenheilanstalt. Okay. Du bist absolut respektlos und absolut respektlos habe ich dich aber trotzdem lieb und danke dir für den netten Austausch und einen netten Abend heute mit dir. Sehr gerne. Meine lieben Freundinnen und Freunde des JWR Podcast, wenn euch diese Folge gefallen hat, ich muss es nicht wiederholen. Ihr wisst, worum es geht. Das Like haben wir auf jeden Fall sicher, weil wir haben ja die beste Community auf der Welt im Bereich der Ganzwissenschaft. Ein Kommentar unter dem Video wäre echt eine nice Sache an sich. Aber ich glaube, das darf man auch nicht sagen, wäre echt eine nice Sache. Naja, Forza ist runtergeladen. In dem Sinne, danke schön, gute Nacht und bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020